Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot mit mir, dem Yoshi. Jetzt waren wir hier bei den Bikern. Und jetzt müssen wir hier weitermachen und werden erstmal hier runterraten. Dann kommen wir auch automatisch runter. Oh, dann können wir mal gegen den machen. Ne, ein Kind noch so wunsichlich auf Zauber, stimmt. Ok. Wir haben zwar den getroffen, ich weiß nicht mehr. Wir haben da wieder blauen nach hinten. Wir haben getroffen und langsam wurde besiegt. Jo, wir haben jetzt den Kasten abkratzen. Gucken wir, ob wir dann nochmal einen Tank dabei haben. So, wir machen Manky an Energiefokus. Dann sind wir an der Reihe. Wollen wir jetzt keinen Kasten. Und dann nochmal das Auto schneiden. Daneben, Manky, Geo, Geo, Knast. Komm. Komm. Und Level 50. Das ist wunderbar. Das ist Raza. Oh, nein. Das war der Raza. Komm. Genau. Dann haben wir jetzt noch mal einen Tank. Dann haben wir noch ein Tank. Also, wir machen vier Fokus. Dann dürfen wir... So, Fika hat immer noch mal einen Frank, ist doch egal, dafür sind wir ja da. Kann er jetzt nicht so... Kann er natürlich gerne noch ein G-Rufe erstellen. Wenn das ein Konto kann, kann er das auch. Jo, dann haben wir den auch besiegen. Wenn wir jetzt im Laufe des Geschehens nach dem nächsten Arena-Orden Krieg einsetzen können. Jetzt gehen wir erstmal hier wieder hoch. Wenn wir hier so einfach vorbeikommen, hier ist wunderbar. Und werden unsere Pokémon erstmal ein bisschen heilen. Weil... Sonst kommen wir hier nicht weit. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder topfit. Okay, wir nehmen deine Pokémon für einen Moment in meine Absolut. Oder... Ich nehm... Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit vorbei. Wenn wir dann nämlich fliegen haben. Also fliegen können. Überall hin. Dann wollte ich nämlich den Ep-Teiler holen. Und Stärke holen. Wenn man das jetzt nicht unterwegs bekommt, weiß ich jetzt nicht. Weil letztens mal mal den Fahrbrotten gemacht... äh... geholt haben. Hat die ja gesagt. So, jetzt kannst du auch Stärke einsetzen. Und Stärke habe ich jetzt noch nicht bekommen. Weil das den ganzen Weg wieder zurückzulatschen... ist ein bisschen anstrengend. Wie ihr seht, selber. selber wisst. Hans Fuß immer. Hasenfuß. Hab ich mal wieder verlesen. Sorry. Akane hat mir hier vorne. Okay. The bull do. Believe the bull do. Believe the bull do. Mei. Jaja, komm. Dann setzen wir nochmal unser wieder Floor ein. Das war jetzt wieder voll aufgeladen. Volle Kräfte. Kann nichts passieren. Alles okay. War nicht sehr effektiv. Hätte ich auch gewundert gehen. So. Verschlipplung. 1. Wechsel. 4. 3. 5. 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 4. 5. 5. Dann macht man die Ratte kaputt und beißt die in den Kopf ab. Ich weiß, wunde macht das nicht, aber wir verlangen das nicht an. Ich dachte, ich hatte dich erst noch ein bisschen, das ist ein Dolfo. Jetzt müssen wir noch ein anderes Pokémon rein. Du machst ein bisschen mehr aus. Heres geht die hier auf Widdel-Gerду. Kein Problem. Ich werde es dann auch schaffen, die ich zu kippen. Also normalerweise kriege ich dann auch Kraftfutter. Dann geht das schon. Kein Masse. Kein Problem. Das ist okay. Okay, hat nichts benutzt. Jetzt hat er einen roten Schlag. Der ist ja total effektiv. Das soll nochmal viel verzeihen sein. Er ist ja gut sein. Er ist ja gut sein. Er war sehr effektiv. Er wollte das auch so sagen. Das würde das auch gerne gut sein. Gehen wir mal in die Luft. So dachte ich an jeder anderen Edition, ich kriege sie direkt hoch. Wo? Aber jetzt geht das nicht. Oh, Ploch ist ein bisschen böse. Los, Apollos. Was? Pack noch ein bisschen runter, dann können wir es gangen und dann werden wir es nie wieder einsetzen. Tja. Das hat sich selbst in den Arsch vermissen. Äh. Das ist das Nebel. Ist verwehrt. Das hat sich selber verletzt. Ja, jetzt macht er das Nebel. Macht keine Wirkung auf Radikal. Geben sich gegenseitig auf. Okay. Oh, noch einen Ball haben wir. So. So. Jetzt hier wieder den Trick. A und B. Links und rechts raus. Äh, Pfeiltaste. Und dann ist der Lebe hier noch komplett. Jo, Radikal. An seinen Hinterläufen hat es je drei Zehen. Mhm. Da sie, äh, mit Freuten überzogen sind, kann es mühelos Flüsse durchqueren. Aha. Möchtest du Radikal einen Spitznamen geben? Jo. Oh. I need one. Jo. Wunderbar. Jetzt wurde ein Box 1 abgelegt. Gucken wir mal einfach hier. Ja, wir erfahren uns. Also jetzt. Ein Doto. Oder ein Hydroco. Todel. Alles mal aufgehakt haben. Ja. So. 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 Ein Habitack. Naja. Okay. Das lohnt sich ja nicht. Bei uns was zu fangen. So. Dann hauen wir mal ab. Das brauchen wir ja nicht. So. Dann werden wir ja einfach runterradeln. Und was uns entgegenkommt. Oder so. Im Weg kommt. Ja. Dann gehen wir mal gegen den. Haken. Und zeigen ihm mal. Wo der Haken. Wo er. Mit was er was zu tun hat. Dann sind wir jetzt schon. So jetzt mal. Oh oh. Das muss ja nicht das Problem mit haben. Setzen wir mal ein anderes Pokémon ein. Da kommt der Piece of Halo. Und dreht das. und ich würde gerne mal so ein Feedback dazu haben wie euch der Trailer hier vor den Videos gefällt ist der gut, kann man da noch was verbessern ja natürlich, aber was da schreibt es einfach mal in die Kommentare und ja sind wir sehr gut sollte ich noch mal oder gibt es ein größeres Programm vielleicht so, der Platzverformer besiegt wir können nur so ein bisschen gegenlenken so kann man ein bisschen machen aber mehr auch nicht und auch hier kann man wieder erfahren wie wir wollen und hier weiß ich mich zu erinnern wo kommen wir denn hier eigentlich immer wieder ich suche nach Enteron tauscht du es gegen Schlurp? nein, habe ich noch nicht wenn ich es irgendwann mal bekomme dann komme ich auf Stichzug und dann zurück und dann so, jetzt gucken wir mal gerade was hier so geht und ja, verkämpfe natürlich ich laufe überall durchs hohe Gras um Pokémon aufzuführen aber jetzt kämpfe ich jetzt wirklich ich weiß nicht weil mir das gerade so recht oder nicht verstehe ich das dün 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 yo, ein Habitat los, bobo mach mich zuerst mal bang schnabbel schnabbel hoch schnabbel schnabbel aus hoch so kleine schnabbel aus das schnabbel Und wer die Schrammöse ist. Naja, der hat gar nicht gerade so gepackt. Jetzt kommt Evita. Der Punkordat unter den Vögel. Oh, ganz gefährlich. Ein Heuler. Also, ich weiß gar nicht, wie immer da so drauf ist. Ich weiß gar nicht, wie man da keine Angst vor hat. So, jetzt hier 1006 Euro. Also, wir haben ja nichts mehr, aber wir gucken mal, bevor wir mal in die nächste Stadt gehen, was es hier so gibt. So, das ist hier mein Gebiet. Das ist ein ganzer Gebiet. Ja, aber erstmal werfen wir uns mit seinen Liebmetzern an. Kapital, Volksfänger, Vogelfänger, Roman. Gut. De Bruder macht erstmal Hüi-Bohl und dann jeden drinnen. Tiii! 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 Taaai! Tiii! 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 Das war ja total gut von mir nachgedacht. Das ist nicht sehr effektiv, ok, zweimal getrotten, verstohlt aber nicht effektiv, das ist sehr effektiv. Ok, das ist wirklich ein Distanz gegenüber. Und das ist ein Blinken! Kann man es nicht mal sehen? Okay, today. Als nächstes kommt noch ein Havigard. Als nächstes kommt noch ein Havigard. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, wenn sie jetzt mal einen anderen Kommen ansetzen wird, vielleicht wäre es ja dann besser geworden. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Wendung. Ein Schicksalsschlag, den der andere Trainer vielleicht einsetzen könnte. Der dir vielleicht weiterhelfen könnte. Der den Kommen vielleicht in Santa machen soll, aber das ist halt so. Jetzt kommt noch ein Havigard, in Betracht, von Roman in den Kommen. Ja, aber ich freue mich schon. Ist zwar nicht so effektiv, aber war kein Problem. Alles mit Schlachtwahn. Ich weiß, das wird ja nicht so, aber ich wollte mal kurz was ausprobieren. Mal gucken, ob ihr da was von erkennt, was ich gerade so von mir gegeben habe. In gewisser Weise. So, was gibt es denn jetzt hier in der Gegend? Also Account für, was ich jetzt hier in der Gegend? Ja, ja, ich hoffe, dass ich das in der Gegend bin. Jetzt kommt noch ein paar Jahre her, oder? Ne? Sambordel. Sambordel. Ja. Böbel, Böbel. Ja, bestimmt. Sicher, wo drauf steht, die gute Böbel. Ah, der hat durchgehebt. Den haben wir noch nicht gesehen. Aber den kann man ja auch bekommen. Und dann mal unsere Pokémon vielleicht nicht leveln. Oha. Ja, ja. So, jetzt kommt unsere letzte Hoffnung und so wie der Floor kommt uns ein Ohr ab, du. Weißt du das? Ja, ja, okay. Das wird ja. Los geht das jetzt. Steig, was der Geist. Steig, was der Geist. Ah, nicht sehr effektiv. Jetzt kommt die Böbel. Die Böbel. Feuer, Witz, Eis. Die neue Edition heißt es wieder Andor. Kann da praktisch nicht los. Aber vielleicht weißt du das oder wisst du das nicht. Dann kann ich ja nicht schließen. What? Otka. Otka. Jo, gibt es jetzt hier noch was anderes, bevor ich hier der nächste Anzahl befülle. Außer Töte. Ein Ebitag. Naja. Wär schon schön, ne? Doch, es ist doch nötig. Naja. Wie bekannt, dass ich hier einfach wegrollende Schein, durch den Zaun, ins Wasser. Okay, dann wäre man ohne, aber bewusstlos. So, jetzt versuchen wir das mal, gegen Ebitag zu kämpfen. Und 25 Level übernehmen. Und wir müssen den A2-Zof zu schnappen. Jetzt noch den gefährlichen Silberblick. Wo ich mich schon Jahr und Tag, äh, umschüttelte. So, jetzt flaschen. So, jetzt flaschen. Ich halte das Zeugel fest. Nimm, ich schütze. Das Wasser. Hier drin schneiden. Einmal. Zweimal. 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 und das war's. Jetzt kriegst du den Schlappchen, Halt und Halt. Immer schön festen. Dann müssen die restlichen Federn auch noch ausfallen. Gut. Dann versuchen wir jetzt hier mal rauszukommen, ohne dass wieder Hibitake und Ebitake und mein Arsch ist zack zack. Hier uns angreifen. Fuxania City. Dann kann man ja hier... Was kann man denn... Ja, möchte Zwischenschneider ansetzen. Ja, bitte, bitte. Ich wollte mal gucken, was das Lapp was da macht. Das ist das. Auch hier kann man Sachen kaufen. Sachen machen. Okay. Hallo. Kann ich dir behilflich sein? Natürlich. Ich möchte was kaufen. Was möchtest du? Hyperbälle? Natürlich. Wie viele möchtest du haben? Sagen wir mal... So viele? Ja. Bitte sehr. Und vielen Dank. Gut. Gibt es noch etwas vom Hibitake? Äh, äh... Erstmal nicht. Okay. Komm bald wieder. Gut. Warte, 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 warte. Erstmal wieder da rein. Damit den ganzen Leuten da sprechen sollen. Sie können uns hier immer wieder was geben. Hast du einen Wimpel aus der Safari Zone? Ne? Kein Programm hilft oder keinen Kalender? Ne. Dann geh doch selber rein. Dann holst du die Sachen. Ganz einfach. Hast du schon einmal x Tempo ausprobiert? Dein Pokémon wird dadurch im Kampf schneller... Okay. Ja. Ne. Habe ich noch nie... ...gemacht. Da ist Ammonitas. Da ist Kangama. Ja. Ja. Das hätte ich nicht in der Löwe gewusst. Ammonitas. Ja. Nein, ich habe... Natürlich habe ich die Spieler schon vorher gespielt, aber nicht heuerrot bis hierhin. Ne. Habe ich noch nicht gemacht. Da ist die Safari Zone. Da könnte man reingehen. Da ist Leckowal. Da ist Shanaira. Da ist Fleckmon. Und wir gehen mal wieder raus. Und geht wieder in so ein alter Sack. Von einem Eingang zur Safari Zone befindet sich äh ein Zoo. Das Safari Spiel ist ideal um Pokémon zu fangen. Jo. Ich denke mal, das werden wir damit demnächst machen. Erik. Ist Sarah... Ich äh... Wo ist Sarah? Ich wollte mich hier mit ihr treffen. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Wo Sarah ist. Hier ist ein Teenager. Dieser Wall dort ist tatsächlich ein Pokémon. Ja. Als hätte ich das nicht gewusst. Ja. Schön. Hallo. Hast du schon das Safari Spiel gespielt? Manchmal kann man da... Äh... Nur da... Äh... Dabei. Ja. Ist auch egal. Ich weiß nicht, wer da gerade von mir wollte. So. Jetzt sprechen wir noch mit ihm. Ach. Ich wünschte, ich wäre ein Kagama Baby. Ich... Stelle an die Idee. Okay. Und würde mit dem Beutel in den Unterkamakusher. Aber nur Pokémon können die Ohren anwenden. Soll ich Selector einem meiner Pokémon beibringen? Nö. Irgendwie nicht. So. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. Mit... Äh... Ansonid.